Wir sind im wunderschönen Allgäu. Die Sonne scheint, hinter mir quaken die Frösche, die Flügel zwitschern. So ist das Allgäu wirklich wie aus dem Bilderbuch. Hier leben wir, hier arbeiten wir, hier werden die Produkte von Primavera entwickelt und produziert und in alle Welt verschifft. Die Mission von Primavera ist, das Leben von Anfang bis zum Ende zu begleiten. Wir sind überall da, wo es darum geht, Wohlbefinden zu steigern und Lebensfreude zu erleben. Wir können mit literischen Ölen ganz viel verschiedene Dinge tun. Wir können Stress lindern, Angst nehmen, aber auch energetisieren und aktivieren. Wir können die Welt zum Strahlen bringen, auch wenn uns im Moment gar nicht danach zumute ist. Also wir haben uns von Anfang an als Bio-Pioniere gesehen. Pioniere heißt, man muss was Neues machen, wo man zuerst mal Widerstand hat, belächelt wird und nicht ernst genommen wird. Aber wenn man das von Herzen aus macht und richtig committed ist, dann geht man da weiter und lässt sich von so Belächeln gar nicht abbringen, sondern hat immer die Vision im Kopf, was man wie die Zukunft aussehen sollte. Wir haben uns immer eine Welt vorgestellt, die mit viel Vielfalt und Schönheit und Respekt mit der Natur und dieses Bild, das ins Leben zu bringen, das hat uns angetrieben. Und deshalb als Pionier freut man sich dann irgendwie, wenn es jetzt in der Welt immer mehr anerkannt wird. Und noch gesehen, es gibt doch einen Unterschied zwischen Bio und konventionell. Wir bei Primavera stellen höchste Ansprüche an die Qualität und an die Reinheit und alle unsere Ausgangsstoffe. Um unser Wissen im Bereich von Qualität und Anwendung ständig auf dem neuesten Stand zu halten, sind wir im stetigen Austausch mit unserem wissenschaftlichen Kuratorium. Des Weiteren führen wir wissenschaftliche Studien durch, um unseren Anwendern und Anwenderinnen neue Anwendungsgebiete zu zeigen und gleichzeitig ihnen einen sicheren gesetzlichen Rahmen zu gewährleisten. So arbeiten wir schon mehrere Jahre erfolgreich mit dem Klinikum der Charité zusammen. Der Qualitätsbegriff umfasst dabei nicht nur die chemisch-physikalischen und sensorischen Analysen, die wir hier im Labor durchführen, sondern beginnt eigentlich bei der Pflanze in der Natur. Natürlich war ganz am Anfang das Commitment Bio-Anbau zu fördern. Es gab ja damals keine Öle in Bio-Qualität. Und Bio ist ja nicht nur eine Qualität, das ist Biodiversität fördern. Die Anbauprojekte waren der Schlüssel überhaupt biologische Öle, zertifizierte biologische Öle zu haben. Und da mussten wir die Bauern zuerst mal überzeugen und viele waren überzeugt, aber mit begleiten, unterstützen, dass diese Projekte zu dem geführt haben, dass wir diese Qualitäten auch jetzt haben können und die mit unseren Kunden teilen können. Zu uns zur Primavera kommen ganz verschiedene Menschen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen und Wünschen. Ich denke aber, was sie alle eint, ist der Wunsch und die Suche nach naturreinen, authentischen, ehrlichen Produkten. Frei von chemischen Zusätzen, von chemischen Duftfarben und Konservierungsstoffen. In unserem breiten Sortiment von über 360 Produkten findet sich für jeden was, aus dem Bereich Aromatherapie und Naturkosmetik. Basis aller sind aber unsere ätherischen Öle, das Herzstück unserer Marke. Für mich persönlich ist ein besonderer Schatz der ätherischen Öle, dass sie das Herz öffnen können. Sie können uns bereit machen für unsere Mitmenschen und für die Begegnung mit der Natur. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.